Herzlich willkommen beim Lütze Automation Videoblog. Thema heute cleveres Zubehör für das R-Stream Vertrahtungssystem zur werkzeuglosen Kabelführung. Für R-Stream gibt es zwei sehr praktische UL-zertifizierte Klettbandsockeln, die bei der zeitsparenden und schonenden Befestigung von Leitungen und Schläuchen im Schaltschrank helfen. Kabelschellen oder Kabelbinder haben sich damit erledigt. Ganz wichtig, die Sockel können werkzeugfrei mit einem Schnappfuß aufgerastet werden. Lütze bietet die Klettbandsockel in zwei Varianten an. Einmal für die 35 mm Rutschienprofile und zum anderen für alle Profiltypen des R-Stream-Systems, sprich für alle Montagestege, VPSIM sowie die RG35 als Überbauung. Mit den in den Sockeln integrierten Klettbändern können einzelne Leitungen oder mehrere Leitungen in einem Klemmbereich von 8 bis 35 mm abgefangen werden, ohne dass diese eingeschnürt oder gequetscht werden. Insbesondere bei Nachrüstungen und Erweiterungen bieten die Klettbänder den Vorteil, dass sie sich verschleißfrei mehrfach öffnen und auch wieder schließen lassen. Auch in bereits vorhandenen Installationen können diese problemlos mit wenigen Handgriffen nachgerüstet werden. Die Klettbandsockel sind flexibel einsetzbar und ermöglichen eine vertikale oder horizontale Verlegung der Kabel. Die Ausrichtung erführt durch eine einfache Rechts- oder auch Linksdrehung. Ein ganz wichtiges Feature ist dabei, dass Datenleitungen nun außerhalb der ärstischen Bügel verlegt werden können. Dadurch wird man der Trennung von Haupt- und Steuerverdrahtung gerecht. Die Klettbandsockel sind aus Glaswasser verstärktem Polyamid gefertigt und selbstverlöschend nach UL 94 V0 und natürlich ab Lager lieferbar. So, das war's wieder mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal beim Lütze Automation Videoblog. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.